Aber nix, da besteht immer so ein Fünkchen der Hoffnung, dass von den Idioten einer reinscholten Teamkills macht. Hm. Ja. Aber Zeit gespart und Energie und Konzentration. Energie! Bei mir steht waiting game, und das geht nicht weiter. Ah, jetzt. Ich geh, Mitte. Ich geh in den A-Raum. Oh, ich geh auch Mitte. Ich nehm mal R. Du willst du, schmeißt dich. Ja, ja. Gestammt! Sauber. Da ist noch mal einer! Oh, der ist aber wie in Ruhe. Kommt rein. Der liegt da. An der Theke. Und gestammt worden. Oh, wollte ich grad mal sein, sauber. Lol, was war denn das? Ja, ich glaube ich hab Nate angeschossen. Oder? Ich hab's gerade gar nicht gerafft, was ab geht. Knallrot, alter. Ja, ich hab dich noch angeschossen. Hm. Ja, mein Schuss haben wir was rauskommt. Ja, mein Schuss haben wir was rauskommt. Ja, mein Schuss haben wir was rauskommt. Ja, ja. Der war auch zum Knallrot. Da kommt nicht, da kommt nicht meist ein Schuss raus und der Gegner stirbt. Ist das geil. Ich geh rein. Ah, ich auch. Ne, ich nicht. Doch, ich auch. Ja, ich geh mit dir da. Spray durch. Ah, der hat mich wieder. Oh, Alter. Nicht lang, Alter. Break. Ah. Einer gegen zwei. Nein, mit Schrot, mit Slug, Alter. Nein, mit Schrot, mit Slug, Alter. Was für ein Kacklappen, ey. Der ist schon durch. Hab den. Habt noch einen? Ja. Geil, Alter. Das ist immer schön, wenn man nichts machen muss. Die Nate ist einfach Killer. Ja. Ja. Ey, bei mir abgeguckt, oder was? Ja. Oh, ja. Gut, noch Lucky. Die ist noch Lucky am Apfelzeit zum Glück. Genau unten an der Kante wieder zurückgeguckt, ey. Ja. Aber egal. Richtig geil, ey. Karten benenkt ab. Ja, wir gehen auf B. Jo. Okay. Er macht shop. Ich geh shop und dann rechts raus. Mittelfrück. Kev und du könnt ja beide shop gehen. Also die Kevs gehen shop. Ja, ich mach eher die Mitte ein bisschen weiter hinten. Ich hab eher drin. Oh, der ist schon mit da oben. Treppe. Geiser, der war schon drin, Alter. Der ist genau in den Shop reingegangen. Ist er in der Mitte wieder zurückgelaufen? Der ist in der Mitte raus. Ja, ihr seid alle bei W. Hab einen in der Mitte. Na! Oh, schon wieder mit Slug. Irgendwann mein Baseball hat zwei Stück. Oh, scheiße. Ja, das war der zweite. Scheiße. Alter! Ja, das war verkackt. Scheiße. Ich stell die ganze Zeit mit meinem Fuß auf meinem scheiß Chatkabel, ey. Ich hasse den Typen mit der Slug jetzt schon, ey. Ja. 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 Letztlich. Fast gear in die Air. Ja, jebel. Cut, ich glaub du musst den schneller zurück zu uns. Ja, ja. In der Mitte oder so. Ja, ich hab da noch einen gesehen. Ich mach auch mit so. Ich mach links. Ich mach mit Dock Mitte. Ich schmeiß als erstes Nate, geil. Oh, fuck. Oh! Die rein. Guck mal vorne. Ich geh mitte. Ich geh mitte. Ich geh mitte. Mitte hab ich. Nee, stopp. Two and one. Two and one. Ich fühl mich hier unwohl. Heiner die Bombe gesehen? Ah, von hinten. Ah, rot ist der. Scheiße. Oh, wo ich hin, ey, alter. Ja. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Oh my god. Yo. Gut, ich geh rein, ja. A-Spot. Okay, ich auch. Clear the objectives. We got the bomb. Ah, scheiße. Spontane. Mitte ist eine A8. Der hat mich schon wieder, alter. Ein Dagestan. Links. Mitte, ja. Two and two. Er kann doch schon von Leiden kommen. Rot. Rot. Mit deiner. Das hab ich schön gemacht. Sorry, Leute. Ich komm auf die nicht klar, man. Ah, ich weiß auch nicht. Das hab ich nicht. Grad für Wasser finde ich die MP7 eigentlich am besten. Die MP7 ist Hammer, alter. Keine Ahnung, was sie mitmachen gemacht haben. Okay, ich geh links rein. Hier wieder mit. Von der ganze Zeit ganz rechts, alter. Schmeißt du die stun? Ja. Einer ist im Forum drin. Hab den angehittet. Muss zurück gehen. Hab den noch angehittet. Vorne war blau. Hab noch einen. Sauer. Bambu ist blau. Bambu ist blau. Mach blau zu. Guck nach hinten. Hier hinten. Sauer. Schön. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Patti, wie heißt das? Richtig? Rot. Ja, rot. Aber es ist ja auch hinten. Mann. Nee, ja, aber. Ja, ist gut. Du bist krank. Ja, ich weiß. Das kann man jetzt auch. Oh, wir müssen auf B, alter. Du bist zu weit weg, wir kommen nicht rein. Ja, ja. Eliminate the objectives. einen angefrackt bei A mit einem weg sauber oben Top ist einer mit Sniper Hinterläufer hab ich einen Sniper mit Top ich leg die Bombe komm mal bitte zur B komm auch mit auf den Spot eine war noch Top wie gesagt ah stimmt der ist vorne schon der geht Mitte wieder Mitte ist die letzte der ist bisschen weak links sauber in der ersten halben Sekunde hat gedacht das wäre irgendeine Party oder so und dann hab ich wieder ach scheiße ist ein Gegner sauber sieht ja fast gleich aus deswegen komm mal eine Runde auf geht's mach wieder Mitte nach links schmeißt du die Stun Cardi? da verworfen links schon durch ah links durch ja ich hab's auch gerafft er ist gestunnt am Spot komm alter 1 und 2 Eino ist bei A durch auf jeden Fall Bombe in der Mitte hast du gesehen? ja ist halt schwierig ne links links Wasserfall schade der andere war A-Spot drin aber es ist nicht vorbei geht bereit für die nächste 1 ich will dass er mich da schon angehittet hat das hätte schon gehabt blablabla nehmt einer die Bombe von euch gleich rechts durch ja ich halb euch nehm Eliminate the objective. We got the bomb. Einer hält sich da zurück. Oh lol alter. Oh mein Gott. Einer rot noch vorne. Rot und zu. In der Mitte. Zweiklärung. Der Shotgun-Typ. Der Shotgun-Typ. Jetzt noch der Shotgun. Jetzt noch der Shotgun. RELOADING! 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 Alter, genau wie möglich, Alter, du verfickter Kack-Noob, Alter, ohne Wicze. Wie halt ich skrommeln wollte, Mann, das hat er da von der Dinger Pizza. Ah, Entschuldigung. Nee, das ist richtig so. Scheiß Rainy, ey. Mit Shotgun bei GB zocken ist sowieso sowas von minderwertig. Big Wind, job done. Jetzt kommt the drone. Ja, und wir... Ja, und wir... Jetzt werd ich angerufen mit meiner Mama, das gibt's doch gar nicht. Ja, was los, Mama? 20 nach 7. Oh... 20 nach 7. Lass mir die Bomben. Ja, wieso denn? Ja, wieso? Ich kann auch... Ich kann auch nicht bleiben, Autofahren, kein Ding. Und bei mir schon eine. A-Spot geht durch. Ciao. Unten ist noch eine. Mit Eier. Ja, oh, schade. Alter, war der schnell da. 1-1-1-1-1-1-1-1 jetzt. Ah, schade. Oh nein, schade. Ja, genau oben. Ich hab'n gehört, aber... Irgendwas hab' ich noch nicht gehört. Sniper die erste Runde. Alles klar jetzt bei dir? Naja, alles gut. Ohne vorne bei A schon drunne. Hab' den gestunt. Oh, LOL! Der hat mich, der hat mich, hab' den auch. Alter. Drucker ist eine, down. Bombe bei mir down, B unten. Der andere ist auch da. Sauber. Sauber, kipp. Schön stark. Schön weggesprayed. Alle beide, gell? Mhm. Du hast den MP7-Killer, Alter. Ey, der Typ unten bei A, ne? Der hat irgendwie... ...ne richtig komische Waffe, Alter. Sofort down bei denen. Ein leichtes M-G. Ja, aber der ist übel schnell da. Das ist voll unfassbar. Ja. Probieren wir nochmal auf A. Ja. Ja. Okay. Kati passt auf. Nicht unser Problem, oder? Nö, nö. Das ist... ...normal. Nix gestunt. Warte. Nate an der vorbei. Nein, geht's. Ab den oben! Sauber. Ich leg direkt. Ah, der ist mitte unten. Hier können wir. Okay, passt. Zauber. Eigenbeschuss ist an, aber das ist nur am Spawn rejected. Das ist immer so. Von Call of Duty. Ja, ja. Also ist nicht rejected. Ja, ja. Es passt, Alter. Es ist alles. Ja, ja. Das haben wir schon mal ausprobiert. Hm. Umso besser für uns. Ja, ja. Also normalerweise ist es nicht rejected, oder was? Ne, normalerweise ist es nur enabled. Also das ist anders halt, ne. Vorne A-Spot wieder. Sind wieder gestunt. Ich übe auch schon, oder? Ist weak. Tod ist weak. Bei mir auf B kommt ich. Nein, mit Slug unten kommt durch. A unten, A unten. Ab den A unten. Sauber. Das ist bei mir auf der B-Seite. Aber ich bin hier so eingeklemmt, irgendwie. Wenn sie so an mir vorbeilaufen bin, ey. Sauber. Das mache ich so oft da, okay, bei Verteidigung. Einfach da in die Ecke. Ist ja auch eklig, Alter. Ja. Ja. Übel. Da würde ich nie hingucken. Nein. Genau deswegen, ja. Ja, wir spielen Pumpe und wir schimmeln sie weg. Passt doch. Auf geht's. Ja, ja. Bestimmt. Die haben es echt nicht anders für die. Ja, probiere ich dich. Den sich noch selbst, die Trottel, ey. Kleine Kellis. Ich hab mir einfach gedacht, so weißt schon, vor, vor Wochen schon so, da, dieser B-Poesie. Sitz mir nix da am Headclitch da, die Nades abzufangen von dem oder so, weißt du. Einer wieder unten. Oh, ich bin weak. Nein. Was? Lol. Die ist auch nicht hoch. Ja. Unten hab ich einen down. Ich glaub, oben bei mir auch einen down. Crawler. Hab den angehittet. Crawler ist noch einer. Ja. Lol, mit Pumpe, der ist, oh, lol, ey. Ist der unten oder was? Ja, ja, draußen unten. Der wird aber bei uns reinkommen wohl. Crawler war noch einer, ne? Dr. Oh nein, Alter. Der war aber nice, Dr. Ey. Das war kein Abschnitt. Und die Türen aufgegangen, gell? Ja, ja, ich hab gehört. Na, ich hab ihn nicht gesehen. Wie weit ist denn der? Helle? Wieso ist denn die Tür da unten aufgegangen? Der fragst du auch gerade, ey. Ja. Geht ja auch auf, wenn man das down schmeißt, nein, gell? Ne. Geht auch. Mit ne stun? Ne. Ja, doch. Ne. Mal gesehen, dass der Doktor auf ne Tür geschossen hat und die ist ausgegangen. Loll. Ah, unten wieder. Mit ne stun? Ne. Habe ihn. Ah, unten. Hier gegen einen. Spawn. Bombo liegt links bei mir. Spawn. Bombo ist bei mir. Ah, unten. Der kommt durch. Boah. Alter, war das knapp. Huyuyuyuyui. Huyuyuyui. Huyuyuyui. Sauber. Geh. Huyuyuyuy. Kommen nach zwei Runden. Die da? Ja. Lol. Huyuyuyuy. Huyuyuy. Deine Kids, ey. Naja. Oh, Achtung! Das ist meine Nadecaves! Ja, ich war schon, ich war schon drüber. Egal. Oh, da war nix gestunnt. Da war einer links unten, gell? Hab ich gestunnt. Okay, ich platziere direkt, ja? Da, da, da steht er, da steht er. Der stand grad da unten. Direkt unter dir da. Der ist jetzt nach links. Der kommt jetzt bei uns hoch. Der ist bei uns hoch. Ab den, hab den. Ich schmeiße den Nate da vorhin. Oh, Pumpe läuft hoch. Oh, lol. Alter. Lol. Oh, lol. Wie weit die kommt, man. Ey. Ich war fast... Schau, guck mal. Zack. Auf die Distanz holt der mich. Wie geil, die schlägt man. Richtig nice. Das war aber nur... Aber nur. Ja, aber deine Nate eben nicht, gell? Auf Slater. Ja gut, die sind Lucky abgebreitet, das stimmt. Ja. Egal, komm. Eine Runde. Hauptsache gewonnen. Die macht man kalt. Will mir jetzt Zigaretten kaufen. Auf geht's. Ach, die wird schon voll ungewöhnlich, ey. Ach, die wird schon voll ungewöhnlich, ey. Ist auch stark. Na egal. Easy, XP, passt doch. Wenn sie sich selber töten, läuft. Der ist bei uns im Team drinnen. Ich hab das drauf, wir haben gewonnen. Ja, okay. Alles klar. Einer links bei mir unten gewesen. Ja, hier oben. Der ist Todesweak. Läuft unter die Treppen. Der letzte. Hab ich. Ja. Guck's dir an. Oh, ich kann so wetten, die Disputen. Ich kann so wetten. Ja. Wundertpro. Einfach nur, weil sie dumm sind. Werden sie mal schön gebannt. Ja. Ja, oder die sind der Meinung, man muss ausstellen, dass der Teamwechsel... Eben, die sind wahrscheinlich der Meinung und deswegen tun sie jetzt hier einen auf. Ich kenn die Regeln und ihr habt jetzt die Map verloren. Du hast das hier ein Problem.